Musik Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Bad Wars zusammen im Benflix. Hey! Moin! Wir spielen auf dem Hypixel-Server und Bad Wars ist jetzt meine zweite Runde, die ich spiele. Ich gebe mein Bestes, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht, aber ja, viel Spaß mit der Folge. Also ich weiß, dass man Gold sammeln muss und Eisen und davon kann man sich Upgrades kaufen. Davon kannst du dir dann Sachen kaufen zum Beispiel und so. Wir sind Aqua. Okay, und da drüben gibt es andere Teams noch auf dem Ende, ne? Bridge direkt, äh, vielleicht dann Bad. Vielleicht kannst du in der Zeit... Aha, ha, ha, ha. Oh, ich hab mir eine Schere gekauft. Für 20 Eisen, du, es ist billiger, oder? Keine Ahnung. 10? 20? Ich bin eigentlich schon recht weit... Äh, weiß kommt, by the way. Nein. Kannst du schnell das Bett zubauen? Ich kann... Ja, ja, ich kann probieren, ganz schnell Blöcke zu holen. Weil, äh, jetzt ist es zu spät. Nein. Ach, Mann! Hast du... Ich schlage dich gerade. Geil. Ich bin... Ich hab ihn! Ui. Ich hab fünf Kürbisse. Guck mal, wie weit ich gekommen bin mit dem Blütschen. Und dann bin ich... Äh, der kommt wieder zurück. Der soll nur kommen. Sag Bescheid, wenn der kommt. Da ist er. Ja, jetzt... Da oben ist er. Das... Uh! Ich brauch' einen Goldapfel. Ich hab' einen Goldapfel. Oh, hab ich den Freund gekauft? Ich glaub', der kommt weg. Ja, der geht grad rum. Weil ich... Hast du dir den Goldapfel reingehaut? Hä? Schade. Check ich nicht. Okay. Was ist jetzt passiert? Ja, jetzt wirst du gestorben. Hä? Da hat er mich überberührt? Ja. Der hatte halt ein Eisenschwert, glaub' ich, sogar. Okay. Egal. Nee, nächste Runde. Ein Wind zurück. Denkst du, ich schaffe? Ja. Safe. Okay. Also, Freunde, wir versuchen, äh, in der Folge einen Wind zu holen. Aber ich hätt' gesagt, lass' so'n Maximum machen. So'n Maximum vier Runden. Okay, okay. So, wenn wir's bis dahin nicht geschafft haben, sind wir einfach nur schlecht, okay? Einigen wir uns darauf. Aber in Ruhe gibt's halt auch viele Teams, so. Ja. Ich baue mal's Bett ein. Jetzt. Ich will eine Sache richtig machen. Wo ist unser Bett? Das Bett ist eingebaut. Ja. Ich baue mal's. Achtung, der ist da. Ja. Nein. Nein. Ich hab' ihn. Nein, da kommen so viele. Ich hab' noch einen. Oh, wieso muss ich immer als erstes sterben? Ja, Mann, du lässt mich immer im Stich. Ich stand neben dir gerade. Oh. Zack. Und ein Gold-Apfel kann ich nicht mehr. Das Ding ist halt, ich war so... Ey, da kommt zwei Leute. Ja. Was soll ich machen? Ich war halt richtig... Ich war richtig gut dabei, gell? Und dann ist der Block weggeparkt. Neue Runde, neue Runde, neue Runde. Ja, 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 warte. Dann ist halt der Block unter mir weggeparkt. Dann, ja. Bin ich runtergefallen. Der ist auf unsere Brücke gegangen, ist da hochgelaufen. Okay, ich hab' ne Idee. Lass' jetzt einfach mal auf unserer Insel bleiben. Und Scoot das Equip einfach durch unsere Sachen holen. Also durch Gold und Eisen. Aber trotzdem holen wir uns Dias für Team Rates, weil... Ja, aber erst, wenn wir so ein bisschen ausgeschattet sind. Nicht, dass du wieder direkt in Low Risk, No Fun da draufstürzt und wir dann wieder hinzultern sterben. Aber Dia-Quelle ist jetzt nicht so krasses Rift. Okay, dann geh du zu den Dias schnell und ich versuch so bei uns ein bisschen was zu machen. Auch ein. Ah, ich hab' ihn auch direkt angezogen. Angezogen? Ja, also ich hab' auch direkt so ein bisschen Rüstung. Ja, ja, Leder. So. So, Bett. Nein. Das hat jetzt keiner gesehen. Ich hab's auf Aufnahme. Das ist nicht lustig. Ich fand's geil. Hey! Yo, tschüss, wie schnell. Ja, ich bin tot. Ja. Ich jetzt wahrscheinlich auch. War, hä? Ja, ich bin tot. Okay. Ja, der hat sich halt... Ja, letzte Runde. Komm, jetzt müssen wir einen Sieg holen. Ja, jetzt bleib bitte mal bei mir und geh nicht noch wieder weg, okay? Ich bin nicht weggegangen. Ich bin kurz runtergefallen. Nein. Ich bin schlecht in dem Spiel. Ich kann ja nebenbei schon mal so ein bisschen nochmal unser neues Projekt ankündigen. Also... Kriegst du jede Folge an? Ja, die Leute müssen ja... Die Leute müssen ja... Als wäre das so das Krasseste auf YouTube-Deutschland. Ja, also auf unserem Kanal ist es dann das Krasseste. Also auf meinem... Ja, schon, aber... Und es gibt auch Änderungen. Also... Oh, da habe ich mich mal zuhören. Wir werden am Dienstag wahrscheinlich die erste Folge hochladen auf meinem Kanal und auf dem Kanal von Mooncake, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dann wird es die zweite Folge auf seinem Kanal geben, die dritte auf meinem, die vierte wieder auf seinem. Also immer die geraden Zahlen bei ihm und die ungeraden Zahlen bei mir. Also nicht wundern, wenn auf einmal so kein Minecraft-Escape mehr auf meinem Kanal kommt. Dann kommt es bei ihm. So, das ist so die Neuerung, die es gibt. Okay? Wirst du es gucken? Ja, save. Geh das Video. Ehre. Die Videos, in denen ich drin bin, kugiere ich sogar zweimal. Geldbridge direkt her. Okay, ich hole ganz schnell Wolle. Ja, bau das Bett ein. Ich pütsche den entgegen und wäre fast runter. Shit, shit. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich baue mein Leben. Nein, 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 nein. Ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Was machst du denn immer? Lass mich doch nicht immer alleine. Ja, ich wollte dem entgegenplütschen. Ich bin jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, nein. Ich glaube, unser Bett ist auch. Nein, ja, ich bin tot. Ich mache immer so einen Kack. Ja, Bett auch. Oh, ich verstehe nicht, was ich immer mache. Ja, okay, komm, letzte Runde. Okay, lass uns diesmal einen Teammate mit dazu holen. Okay, okay, okay. Ja, dann sehen wir uns gleich in der neuen Runde. Bis dann. Okay, also wir haben jetzt einen neuen Teammate gefunden. Wer ist das? Ist das der Grüne hier? Ähm, Dings, werden wir gleich erst erfahren. Hier, also der, oder was ist das? Hollow Soul F, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wer unser Teammate sein wird. Ich glaube, diesmal gehe ich mehr auf Risk und switch direkt in Emirates. Let's go. Es ist der Hello. Ha, also war es doch der. Der Hello Soul. Ja, also das neue Projekt, wie gesagt, Dienstag. Ähm, ich versuche dann um 14 Uhr eine Folge Minecraft Escape hochzuladen und um 18 Uhr irgendein anderes Spiel, wenn ich es schaffe. Ich kann aber für nichts garantieren. Ui, ui, er tut direkt in die Mitte fast prütschen. Tust du bitte das Bett einbauen? Er kann aber richtig gut fast prütschen, ey. Ich bin so der Bett-Einbauer. Das andere kann ich nicht. Ich. Ja, diese Leute, die Bett einbauen, so, man sagt ja dann immer so, die wären schlecht, so, aber. Ja, ich bin ja auch schlecht. Bett-Bett-Einbauer, so, die haben auch ihr Respekt verdient, also. Guck mal, stell dir vor, ich, ich will so zum Bett gehen, gern, und da steht so ein Typ auf so einem richtig fett eingebauten Bett und baut das grad ein, dann hab ich auch keinen Bock mehr da hinzugehen. Also fett eingebaut ist unseres jetzt, glaub ich, nicht. Oh, 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 oh Ah, der Hello Der Hello ist ganz gut, gell Ich weiß es nicht Ich hab ihn noch nicht in Action gewinnt Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit am Bett einbauen bin Guck dir das mal Würdest du hier durchkommen? Äh, ja mit Schere halt, gell Ja gut Wie viel kosten das nächste Material des Holz? Es gibt Holz, das kostet Gold und Endstone kostet Eisen. Okay, ja, ich hab mir jetzt mal ein bisschen Holz gegönnt. So, ich... jetzt mal picke. So, jetzt schere. Ah, jetzt hab ich... jetzt bin ich full equipped. Ui. Ey, der... unser HelloZone, der hat das rote Bett grad, die ist full. Der ist cool. Weißt du, was... weißt du, was so mega creepy ist? In meiner Aufnahme, gell, hab ich die, ähm... Ingame-Lautstärke so richtig hoch und wenn ich... äh, wenn ich so privat spiele, hab ich einfach gar keine Zones an. Ja, genau, ich verlinke euch den Kanal von ihm auch in der Videobeschreibung. Und... checkt seinen Kanal ab, da gibt's auch ganz guten Schlüssel. Die da. Ah. Da gab's heute auch so ne Folge Minecraft Bad Wars, ne? Was ist bei dir so in der Folge passiert? Erzähl mal. Ja, also, ich hab gedacht, ich hab'n Hacker gefunden, war aber nicht so in Echtstand oben drüber ein Plauer, der mich gehittet hat. Ja, dann... Ja, dann, sonst, hab' ich oft Karma-Kazin. Hab' ich aber gestern schon auch... Ich muss ja irgendwie auch was lernen. Ja, eben. Ich geh, ich... Briss take jetzt auch mal und geh jetzt auch mal nach vorne. Ich werd auch mal ein bisschen hier in die Action. Meine Leute wollen auch ein bisschen was auf meinem Kanal sehen. Ja, 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 komm. Was machst du? Ich hab'n Gelben getötet. Oh. Ist er stolz auf mich? Ja, ich bin stolz auf dich. Welches Bett ist kaputt? Rot. Ich geh nach Rot. Ah, nee, warte zu. Rot pusht grad Blau. Rot lebt aber noch einer. Hallo? Bei mir ist der andere da. Ah, der hätte... Oh, 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 ihr geht alle zu Gelb. Ich geh auch grad zu Gelb, Lun. Nein! Ja, wir sind grad zu Gelb gegangen. You died. Unser Bett ist kaputt. Ja, ich... Nein. Ah, you will respawn. Achso. Bist du zum ersten Mal gestorben? Ich bin dann zum ersten Mal gestorben und respawned. Oh, oh mein Gott, wie geil. Ich hatte so'n geilen Leck, bin aber trotzdem gestorben. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wie? Ich hatte'n Leck, der war geil, aber ich bin trotzdem gestorben. Ja, ja, kennst du das, wenn du einfach so... Du wirst so runtergehittet, gell, aber tust dann wieder zurückbacken, dann wirst du trotzdem runtergebackt. Nein. Wirst du runtergehittet? Oh, ich... Ich geh jetzt, ey, komm. Ich geh jetzt einfach hier. So'n bisschen... Hier, ein bisschen Wolle und push jetzt nochmal nach Rot. Nee, in der Mitte ist blau. Das ist ein bisschen risky. Ich komm direkt hinter dir. Ja, der Grüne hat doch schon grad das Gelbe zerstört, gell. Ja, ja. Ich hab zwei davon köpfe ich. Lass nach Rot. Lass nach... Ah, Rot ist kaputt. Lass nach Blau. Da sind nur noch zwei. Komm. Warte, warte, warte. Ich hol mir Invisibility, also Unsichtbarkeit-Potion. Und dann rush ich da hin. Ich geh jetzt nach Rot. Tschüss. Ich komm mit. Aber mit. Tschuck. Ey, wenn ich jetzt sterbe, sind zwei Emmerats umsonst. Ich hab einen! Ich glaub, die... Oh mein Gott. Einer ist weg. Mein erster Kill heute, oder? Ja, ich schmier's wollen aber wieder. Ich glaub, du hast heute schon Kills gemacht. Ich glaub... Nee, ich glaub tatsächlich noch überhaupt keinen. Ich geh jetzt wieder voll drauf. Bei Blau lebt jetzt nur noch einer. Da ist Gelb. Nein! Der hat irgend so'n Magma-Ding oder sowas geworfen. Bin ich... Nein! Ich bin so dum, gell. Warum? Ich... Mit voller Motivation... Gehe... Zum Blauen Bett. Mit Invisibility. Freu mich wie ein Kuchen an, wenn ich endlich drin bin. Und realisiere, dass das Bett schon längst tot ist. Ja? Hä? Deswegen hab ich doch gesagt. Deswegen hab ich mich doch so gefreut. Ich will da in deinem Leben nur noch... Ach du... Du hast das Bett destroyed. Sagst du gleich? Nein, ich hab nicht das Bett destroyed. Das Bett war destroyed. Ach so, du hast... Du hast jemanden gefeinalkillt. Ja! Ja, jetzt legt mir noch ein gelber. Ja, den hol ich. Tschüss. Unser Bett steht da noch. Das ist der Sieg. Das ist er. Ja, der Sieg, den wir erhofft haben uns. Ich bin so kacke. Aber ich glaub, ohne unseren... Ich bin so kacke. Ich bin grad einfach runtergesprungen. Will ich das wissen? Och, wär dieser Hello nicht bei uns werden so verkackt. Oh ja. Der hat zwei Betten einfach zerstört. Mann, der Gelb hat mich umland-outplayt. Victory! Ja, Chi-Chi. Chi-Chi. Wer hat's geschafft? So sehen Sieg aus. Ja. 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 Victory! Ja. 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 Lasst eine Bewertung da. Schaut beim Kanal von Benflix vorbei. Mooncake verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.